Hey Leute, ich wollte nur kurz sagen vor dem Intro oder bevor es wieder los geht. Dieses Video Tutorial ist nicht das Endes Tutorial, was ich schon mal hochgetan habe. Dann wurde es aber allerdings wieder gelöscht und jetzt ist es dann nochmal hoch. Oder beziehungsweise in einer kleinen abgeänderten Version. Auf jeden Fall wollte ich halt kein neues Tutorial machen, weil es ist meiner Meinung nach so gut erklärt. Und ich glaube kaum, dass ich es einfach nochmal machen könnte. Ja, so gut wie dieses Tutorial meiner Meinung nach ist. Ihr merkt vielleicht, die Tonqualität ist nicht allzu gut, weil ich hatte damals noch nicht dieses Mikrofon, das ich jetzt habe, das T-Bone. Damals hatte ich noch mein Headset. Ja, wie gesagt, Qualität ist nicht all die beste, aber man versteht es. Und es ist auf jeden Fall ein sehr sehr ausführliches und gutes Tutorial. Deshalb würde ich sagen, schaut es euch einfach an und wir euch auch über eine kleine Bewertung oder über eine Rückmeldung freuen, falls es euch weitergeholfen hat. Und so weiter. Und ja, ein richtiges Video gibt es dann am Samstag wieder. Aber ich schaffe es zeitig einfach nicht mehr, heute ein Video hochzuladen, weil es passiert so viel. Ich habe heute eine Physikprüfung, wenn ihr das Video seht. Das heisst, ich kann im Voraus kein Video aufnehmen. Ich habe morgen eine Italienische Prüfung. Heute hat meine Mutter Geburtstag und mein Grossvater gleichzeitig auch noch. Und ja, es gibt ein bisschen viel ab, deshalb. Es gibt jetzt einen Rüe-Abruf von diesem Tutorial heute. Und ja, ich wünsche euch viel Spass. Heyo Leute, und seid ihr willkommen mal wieder zu einem Tutorial auf meinem Kanal. Und heute möchte ich endlich allen eine Frage beantworten, die mir schon extrem oft gestellt wurde, auch im Livestream und so weiter. Also, wie streamst du auf Twitch? Und das ist eigentlich nicht ganz einfach, aber mittlerweile verstehe ich es relativ gut. Und deshalb würde ich sagen, es ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, dass ich euch das mal erkläre. So, zum Beispiel haben wir hier meinen Livestream. Na, hier läuft immer ein bisschen was ab und zu. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, ja, wie machst du diesen T-Spot im Chat oder wie machst du, dass ein Follower angezeigt wird oder wie machst du, dass du überhaupt streamen kannst auf Twitch? Und ja, das möchte ich euch heute jetzt erstmal zeigen. Den Rest, den so jemanden T-Spot programmiert oder Follower dort einfügt oder so, wird in einem anderen Tutorial natürlich noch kommen. Aber ich möchte jetzt heute einfach mal allen sagen, dass man ungefähr weiß, mit welcher Bitrate man streamen muss und so. Also, das Erste, was man tun sollte, wäre ein Speedtest machen. Und das machen wir am besten hier auf speedtest.net. Dann können wir hier einfach mal Beginn-Test machen. So. So, und da sind wir wieder. Ich habe hier einen kurzen Cut gemacht, da man während dem Speedtest meine IP gesehen hat und so weiter. Möchte ich natürlich nicht haben. Und ja, zu der Hand, was ich für eine Geschwindigkeit habe, sieht man übrigens auch auf meinem Twitch-Tannel. Und das sollte man unbedingt machen am Anfang, damit man ungefähr weiß, wie hoch man die Bitrate halt einstellen kann. Man sieht jetzt, ich habe 16,4 Mbits Download, 1,78 Upload gerade. Das ist jetzt aber auch, weil ich gerade noch ein Video hochlade. Sonst hätte ich ungefähr 2,5, aber das ist jetzt auch egal und halt den Ping. Das ist aber nicht sehr entscheidend. Wichtig ist nur das hier, nämlich der Upload. Und jetzt gehen wir auf die Webseite von Open Broadcaster. Die ist, oder googelt am besten einfach mal danach, aber wird auch noch in der Beschreibung stehen. Open Broadcaster. So. Wir gehen auf obsproject.com und hier, das ist die Webseite der Software mit der Extreme. Und hier kann man ganz einfach hier draufklicken und schon jetzt heruntergeladen. Ist nach wie vor aber noch eine Beta-Version. Darf man auch nicht vergessen. Also Open Broadcaster ist nicht ganz bugfrei immer. Aber funktioniert relativ gut, dafür dass es wirklich immer noch Beta ist. Gut, dann auf dieser Webseite gibt es einen sogenannten Stream Settings Estimator. Den Link dazu werde ich euch in die Beschreibung packen. Und das ist ein ganz, ganz nützliches Tool. Denn hier kann man jetzt auswählen, was für einen CPU man eingebaut hat. Ich habe einen Intel i7. Ist ja gerade schön ausgewählt momentan. Äh, nee, das ja, ich habe einen Haswell, genau. Ihr müsst dann einfach wissen, was ihr für einen Prozessor habt. Und hier müsst ihr eure Grafikkarte einstellen. So, mal gucken, was wäre der meine. Das wäre auch die, okay, es ist gut. Und dann haben wir hier, what kind of game are you streaming? Ja, könnt ihr auch ein paar Dinge auswählen. Minecraft ist ein High-Motion-Game, weil es mit relativ vielen FPS gespintiert hat. So, alles was über 60 ist, zählt als High-Motion. Dann über 30 FPS oder bis 30 ist Medium. Und was weniger als 30 ist, ist Low-Motion. Also, ich würde jetzt mal sagen High-Motion. Und dann muss man hier eingeben, wie hoch der Upload-Speed ist. Und zwar in Kilobits, nicht in Mbits. Also, wenn ihr hier 1,78, äh, eingebt, dann, äh, wird das ans Falsch anzeichnen. Ähm, denn 1,78 Mbits sind 1780 Kilobits ungefähr. Also, gehen wir das mal ein. Ich sage jetzt mal 1800. Ähm, und dann muss man hier noch eingeben, ähm, in welcher Größe das Spiel sein soll oder in welcher Größe Qualität man streamen will. Ich, äh, stream meistens in dieser Auflösung, ähm, 1280x720. Ähm, 1920x1080, also Full HD, empfehle ich euch nicht, weil das kann man fast nicht angucken, wenn man nicht, ähm, wenn man kein gutes Internet hat. Und auf dem Handy kann man sowas sowieso nicht angucken. Die Handy-App stürzt ab, wenn man mit, äh, Full HD streamt. Außer, man ist, äh, Twitch-Partner und hat die Qualitätsoption natürlich. Und dann, äh, kommen hier Recommend Settings. So, jetzt wird hier einiges angezeigt. CPU-Advice, ähm, äh, der meinte jetzt, okay, set FPS to 30, das heißt, wir sollen in 30 FPS streamen. Ähm, und ihr könnt natürlich auch mit 60, wenn, äh, der Prozessor das aushält. Ich stream ja zum Beispiel mit 60, wenn jetzt mein Prozessor locker aushält, äh, auf 4,8 Gigahertz. Das ist, äh, genug dafür. Ähm, ja, es gibt dann jetzt ganz viele Tipps, wie man das, ähm, Spins und das Game, oder auch hier mit der Bitrate. Also, der Upload-Speed ist, ähm, für 480p oder 720p geeignet. Und, ähm, da meint er jetzt, man kann mit 60 FPS in 480p streamen, oder in 30 FPS mit 720p. So, ungefähr ist das gemeint. Ich stream in 60 und 480p, ich weiß auch nicht, warum. Ich kann es vielleicht auch mal erhöhen irgendwie auf 720p. Aber ich mag es eigentlich eher, in 60 FPS zu streamen. Und ja, dann gebe ich euch ja ganz viele Tipps. Und dann würde ich sagen, ist es jetzt Zeit, Open Broadcast auch mal ins Spinn zu bringen. So, dieses Programm. Ich habe es jetzt halt schon installiert. Muss man einfach noch machen, ist keine große Sache. Dann, wenn man das einmal geöffnet hat, wird ja erstmal noch alles leer sein. Was man hier alles erstellen kann und so weiter, werde ich dann selber mal noch erklären. Aber heute soll es auch gar nicht darum gehen, sondern um diese Einstellung hier von Open Broadcaster. Dazu kommen wir jetzt. Sprache Deutsch ist, denke ich, klar. Einstellungsprofil kann man hier in den Namen eingeben. Ich habe zum Beispiel auch ein Profil für den Disbot. Wenn ich mit dem Disbot mal streame, aber ich streame mit dem eigentlich nie. Nur so ein Test-Stream manchmal. Und ich habe auch ein Profil für die Aufnahme. Denn man kann mit Open Broadcaster auch Spiele aufnehmen natürlich. Was auch so geil ist. Dann ziemlich entscheidend ist der zweite Punkt hier, nämlich die Kodierung. Der Encoder hier, X264, ist der Encoder des Prozessors. Also, wenn ihr einen guten Prozessor habt, würde ich euch ziemlich empfehlen, mit dem zu streamen. Oder wenn ihr eine gute Grafikkarte habt oder einen ziemlich hochauflösenden Stream haben wollt, dann könnt ihr auch Nvidia N-Venge nehmen. Das geht aber nur, wenn ihr eine Nvidia Grafikkarte habt. Es muss glaube ich sogar eine GTX Grafikkarte sein. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich empfehle es aber eher nicht, weil wenn man mit Nvidia oder mit der Grafikkarte streamt, kann eine relativ große, wirklich sehr große Verzögerung im Stream auftauchen. Also, ich habe das ja früher mal gemacht und ich hatte zum Teil über 10 Minuten Verzögerung. Das war echt krass. Wenn ein Stream so eine große Verzögerung hat, dann macht man einfach wieder das Falsche. Und deshalb streame ich mit dem Prozessor. Dann benutzt du konstante Bitrate, ist auch ganz wichtig. Das heißt, dass man immer mit der gleichen Bitrate streamt. Wenn man das nicht drin hat, dieser Haken, dann streamt man vielleicht eine Zeit lang mit 500 Kbits und dann auf einmal wieder mit 2000. Und im Endeffekt verursacht das nur Lags, wenn man das nicht drin hat, diesen Haken. Man kann den aber auch aussehen, wenn man wirklich eine sehr gute Internetleitung hat. Aber ich empfehle, den drin zu lassen. Dann, ja, Qualität ist jetzt nicht so entscheidend. Muss man auch nicht unbedingt anpassen. Kann man nämlich auch nur, wenn man nicht die konstante Bitrate drin hat. Ja. Dann hier, das ist etwas sehr Entscheidendes. Die Bitrate. Ich seh mir jetzt mit 1000, weil ich ungefähr 2500 Upload habe. Und 1000 reicht komplett aus für 60 FPS in 480p. Jetzt können wir aber hier mal wieder gucken. Der Assimeter sagt sogar, man kann die Bitrate sogar auf 1530 stellen. Also würde er ans Maximal empfehlen. Aber, ja, noch hier 720p eingestellt. Wenn wir jetzt mal 480 einstellen, wie ich ja normalerweise drin habe. Zack, und das nochmal berechnen. Meiner 2 ist ja immer noch das gleiche. Aber, wenn man in so einer kleinen Auflösung streamt und mit einer so hohen Bitrate im Verhältnis dazu, dann hat man diesen sogenannten Black Screen auf dem Handy. Den dürfte ja relativ vielen Leuten bekannt sein. Wenn man Black Screen hat auf dem Handy, dann liegt das meistens am Streamer, dass der in einer zu hohen Bitrate mit einer zu niedrigen Qualität streamt. Oder umgekehrt. Also in zu hoher Qualität, aber zu niedrige Bitrate. Wenn das sogar der Fall sein sollte, dann wird im Extremfall die App sogar abstürzen. Aber, ja, liegt eben auch ein bisschen an der Twitch App, weil die ist auch immer noch, glaube ich, Beta oder Alpha. Ich bin mir nicht sicher. Die ist auf jeden Fall auch noch ziemlich verpackt ab und zu. Aber, ja, damit das einfach auch mal allen klar ist, Black Screen kommt davon, wenn der Streamer in den OBS-Einstellungen ein bisschen was falsch gemacht hat. Aber bei mir hat man ja keine Black Screen, das heisst, ich habe nichts falsch gemacht, haha. Gut, ich würde euch nicht unbedingt empfehlen, diese Bitrate hier zu nehmen, die angezeigt wird. Sondern vielleicht ein bisschen eine kleinere, dass man auch für den Chat und so noch ein bisschen Upload hat. Weil wenn man jetzt 1800 Kbps Upload hat und dann, ja, über vier Fünftel für den Stream verwendet, dann wird das ziemlich knapp und es können eventuell auch Lags entstehen. Deshalb finde ich genau 1000, das reicht auch komplett aus für 480p und 60fps. Die Audio-Codierung ist eigentlich nicht unbedingt so wichtig. Die Standardeinstellungen sind relativ gut, man hat damit echt relativ gute Audio-Qualität. Und, ja, wenn ihr streamt, wo ich auf jeden Fall Wert legen auf die Audio-Qualität, falls ihr es im Video ab und zu laggen sollte, dann, ja, dann lagts halt. Aber wenn die Audio-Qualität gut rüberkommt, dann ist auch der Streamer automatisch sympathischer. So ein kleiner Geheimtipp von mir, würde ich jetzt mal sagen. So, dann kommen wir wahrscheinlich zum Wichtigsten von allem. Ähm, ich spreche möchte ich es nicht. Das sind die Broadcast-Einstellungen. So, und zwar beginnen wir hier von Anfang an. Der Modus ist, ähm, Livestream, wenn ihr Livestream wollt. Oder ihr könnt auch nur Dateiausgabe auswählen, wenn man zum Beispiel jetzt aufnehmen möchte für YouTube oder so. YouTube-Aufnahmen kommen relativ gut raus mit Open Broadcaster. Die muss man nämlich nicht rendern, wenn man in MP4 direkt aufnimmt. Und, äh, sie haben auch recht noch gute Qualität, finde ich persönlich. Aber ich nehme weiter in den Fraps auf. Dann der FMS-URL ist eigentlich, dieser Name sagt mir auch nicht ganz so viel. Das ist einfach im Prinzip, äh, zu welchem Server ihr streamen wollt. Und ich streame zu Frankfurt, weil es in der Schweiz auch keinen Server gibt. Und Frankfurt, ähm, ist am nächsten bei mir. Früher habe ich noch über Paris gestreamt hier. Weil Paris hat einen relativ, ähm, geringen Ping und auch eine relativ gute Verbindung zur Schweiz. Weil fast keine Leute streamen über Paris. Aber der Paris-Sauer, der existiert eben leider nicht mehr. Weil, äh, irgendein Teil von Twitch wurde geschlossen. Und darin war eben der Paris-Sauer auch drin. Also wenn ihr über Paris streamt, dann, äh, mal beginnt zu streamen. Ihr werdet nicht streamen können. Ihr werdet nicht live gehen. Deshalb empfehle ich euch Frankfurt zu nehmen. Oder, ähm, Amsterdam. Je nachdem, wo ihr in Deutschland wohnt, könnt ihr auch Amsterdam nehmen. Ich empfehle euch auf jeden Fall immer den Server zu nehmen, der am nächsten zu euch ist. Oder London, könnte man auch noch empfehlen. London ist auch ein relativ guter Server. Vor allem wenn man in Deutschland lebt, ist der auch gut. Außer Schweiz nicht unbedingt. Aber Frankfurt ist bei mir auch ganz gut. So, äh, hier habe ich noch vergessen. Streaming-Plattform. Man kann natürlich auch auf anderen, äh, Streaming-Plattformen außer Twitch streamen. Ähm, ganz vielen. Sogar auch auf YouTube kann man jetzt zum Beispiel mit Open Broadcaster streamen, wenn ihr die neueste Version habt. Dailymotion und so weiter, Hitbox, dürfen vielleicht auch einige kennen. Und so weiter. So, man könnte, glaube ich, hier auch noch, ähm, genau, man kann da öffnen, dann gibt's noch, dann wird ein Ordner geöffnet, wenn man auf Versuchen klickt. Und dann kann man da auch noch weitere einfügen, theoretisch, und so. Plugins muss man dann einfügen für diese. Ich weiß auch nicht, wie das geht und ist auch nicht das Ziel in diesem Tutorial, dass ich euch das erkläre. Sondern es geht ja hier primär eigentlich um Twitch. So, den Playpath oder auch Streamkey genannt. Das ist sozusagen euer Passwort zu eurem Stream. Wenn jemand das rausfindet oder wenn jemand das hat, dann kann jeder x-beliebige, jede x-beliebige Person auf dieser Welt, kann auf eurem Kanal streamen, wenn ihr diesen Streamkey habt. Und jetzt denken sich vielleicht einige, ja, wo kriege ich denn den her? So, ganz einfach, okay, mal auf euer Twitch-Profil. So, dann geht ihr hier zu den Einstellungen von eurem Profil. So, und dann müsste das hier ja noch sein. Ich muss das jetzt gerade auch selbst suchen übrigens, weil ich es auch schon noch nicht mehr gemacht habe. Ähm, Sicherheit. Ich kann es auch nicht hier. Ich kann es auch nicht da. Ähm, okay Leute, wir sind gleich wieder zurück. So, und da bin ich wieder, ich habe es auch noch relativ lange gebraucht, bis ich ihn gefunden habe. Ich habe am Ende Google benutzt. So, und eigentlich ist es ganz einfach. Ihr geht auf, ähm, twitch.tv, dann slash board, broadcast, so. Hier sieht man übrigens auch, ähm, noch ganz viele andere Programme. Also, im Moment gab es fünf Stück, mit denen man auch noch streamen könnte. Äh, Openboardcaster Software ist eigentlich das einzige Programm, was komplett kostenlos ist. XSplit ist ein relativ gutes Programm, finde ich persönlich. Braucht aber einen ziemlich guten PC auch. Also, wenn ihr nicht, keinen guten Prozessor habt oder so, empfehle ich auf jeden Fall nicht XSplit. XSplit ist teilweise kostenlos. Wenn man aber noch, äh, bessere Plugins installieren möchte und so, dann muss man da, ich glaube, pro Monat oder pro Jahr und einen Betrag bezahlen. Und dann, ja, ja, gibt es doch Wirecast oder Evolve. Evolve kann ich auch empfehlen, ist eigentlich auch relativ gut. Wirecast kenne ich persönlich nicht. Aber, ich glaube, Wirecast kostet auch ein bisschen was. Bin mir nicht sicher. So, und dann steht hier nämlich, looking for your Stream Key. You can find it on your Dashboard. Dann klickt einfach hier drauf. Dann habt ihr euer Dashboard geöffnet, so, zack. Dann habt ihr hier Stream Schlüssel. Das ist eben noch ein bisschen eine Untergruppe von, ähm, von den Einstellungen. Im Prinzip kommt man auch einfach zum Dashboard, wenn man auf Twitch geht. Und dann sieht man, hier kann ich hier draufklicken, hat man hier das Dashboard. So, und dann haben wir hier, ähm, Stream Schlüssel. So, genau. Und dann, äh, kann man hier jetzt die Schlüssel anzeigen. Das soll ich jetzt natürlich nicht tun. Dann sieht, äh, jeder von euch den, äh, Stream Schlüssel. Das wäre natürlich nicht das Ziel. Ähm, man kann den auch resetten wieder. Also, wenn ihr jetzt mal auszusehen jemanden ausfinden kann, dann, äh, kann man den anzeigen. Dann kann man hier auf reset klicken, dann kriegt ihr einen neuen Stream Schlüssel. Auf jeden Fall ist er halt ziemlich lang. Den müsst ihr einfach kopieren dann. Und am Ende bei OBS-Hand hier einfügen. Ähm, ja. Das wäre dieser Teil. Dann kommt jetzt zum nächsten Teil, Auto Reconnect. Das ist zum Beispiel, wenn euer Stream mal abstürzt, dass der automatisch wieder, äh, live geht. Da habe ich die Auto Reconnect Zeitüberschreitung auf 10 Sekunden eingestellt. Das ist auch die Standardzeit. Ähm, deswegen geht es bei mir auch meistens 10 Sekunden, bis der Stream wieder online kommt, falls man abstürzen sollte. Ist auch eine ganz gute Sache. Falls man einfach am Zocken ist und ich merke, dass der Stream abstürzt, dann ist er in 10 Minuten gleich wieder online. Oder vielleicht, wenn das Internet ausfällt, dann ist er natürlich nicht mehr online nachher. Aber ja, so zum Beispiel. Dann kann man hier auch noch Verzögerungen in Sekunden einstellen. Also, falls man wirklich will, dass der Stream mit einer Verzögerung sogar gesendet wird, äh, ich habe hier natürlich 0 Sekunden drin, damit die Verzögerung möglichst klein ist. Und dann möchte ich auch einfach ganz klar mal sagen, ihr könnt nicht einfach sagen, hey, mach mal die Verzögerung aus bei deinem Stream. Leute, das geht einfach nicht. Das ist nicht möglich. Die Twitch-Server müssen das Ganze verarbeiten zuerst. Ihr könnt auch nicht ein Video auf YouTube, ähm, hochladen, Start, Upload und direkt ist es oben. Da müsst ihr irgendwie extrem viele Leistung haben bei YouTube, damit ihr das so schnell verarbeiten können und so. So, zum Beispiel. Das ist so ein Beispiel, ne. Und bei Twitch ist es dann einfach auch so. Die Server von denen, die haben eine extrem große Belastung und Leistung, denen sie standhalten müssen. Und das dauert dann einfach, äh, 5, 6 Sekunden, bis das Ganze verarbeitet ist. Und dann müsst ihr das Ganze auch noch empfangen. Und das kostet auch noch mal ein paar Sekunden. Bei mir ist ja die Verzögerung ungefähr 9 Sekunden jeweils. Das ist halt, weil ich in deiner relativ niedrigen Bitrate streame. Das ist der Vorteil davon. Wenn man mit einer hohen Bitrate streamt, also, ich sag jetzt mal, über 2000, dann kann die Verzögerung schon so auf 20 bis 40 Sekunden anwachsen. Aber bei mir ist es relativ klein auf jeden Fall, wenn man mit einer kleinen Bitrate streamt. Ja, das dazu. So, minimiere Netzwerk-Clust. Das weiß jetzt auch nicht, was das ist. Damit wird wahrscheinlich das Internet ja nicht ein bisschen besser ausgeglichen. Keine Ahnung. Ist da eben automatisch ans Datei speichern. Ist eine gute Option, falls man seine Streams aufnehmen muss. Kann man da ja einfach einen Haken reinmachen, damit er das hier zu diesem Dateipfad aufgenommen. Wird immer in MP4 aufgenommen. Wie übrigens, also, könnte man theoretisch direkt auf YouTube hochladen, ohne das zu rendern. Und dann hat man hier noch einen Relay-Puffer. Den kann man nicht rausnehmen. Der ist einfach da. Der ist aber auch gar nicht so wichtig. So, und zur nächsten Option, die ist die Video-Option. Ich möchte nichts speichern hier. Das ist nämlich hier die Grafikkarte, die ihr zuerst mal auswählen müsst. Ich habe wieder die NVIDIA GeForce GTX 770 drin. Und dann hat man hier die Basisauflösung. Das ist jetzt ganz wichtig. Das ist die Auflösung, mit der ihr den Stream sendet. Bei mir ist es 854x480 Pixel. Also 480p, sagt man dem halt. Das ist meine Stream-Qualität. Wenn ihr jetzt ein bisschen besseres Internet habt und in HD-Stream wollt, dann gebt ihr halt hier 1280x720p ein, zum Beispiel. Oder ihr könnt auch einfach den Monitor auswählen. Oder ihr könnt den Monitor 2 auswählen. Das ist dieser Monitor. Dass einfach der ganze Monitor gesendet wird. Kann eigentlich ganz nützlich sein. Ja, so, ich gebe jetzt hier meine Einstellung wieder ein. Gut. Und dann kann man ja auch die Auflösung noch herunterskalieren. Also wenn ihr zum Beispiel ein Full-HD-Bildschirm habt und ihr spielt Minecraft im Full-Bild, dann könnt ihr ganz einfach hier den Monitor halt auswählen. Dann hat man hier halt 1920x1080p. Und ich empfehle ja, wie gesagt, nicht in Full-HD zu streamen. Dann kann man hier einfach die Auflösung herunterskalieren. Auf hier haben wir eine Auflösung, die halt ein bisschen kleiner ist. Man kann hier tödlich mit 160p sogar streamen und so. Würde ich nicht empfehlen, aber ja, kann man. Ist ja auch möglich. Und dann hier, gerade einfach noch die FPS einzustellen, kann man auch. Bei mir sind es 60. Ihr könnt auch 30 nehmen. Aber ich empfehle euch nicht in 25 FPS zu streamen. Es kommt dann auch aufs Spiel drauf an. Wenn man Minecraft in 25 FPS streamt, dann kommt es so rüber, als ob es die ganze Zeit laggen würde leider. Ist einfach so. Aber wenn man in 60 FPS streamt, dann ist das vielleicht ein ziemliches Erlebnis dazu zu gucken. Und ich werde auch immer wieder gefragt, hey, warum ist dein Stream immer so geil flüssig, sieht voll cool aus. Und ja, ich sage dann halt, ja, ich sehe mal in 60 FPS und ja, es ist so cool. Dann kann man hier auch noch einige Audio-Einstellungen machen. Ich habe ja alles auf Standard, wenn ihr irgendwie noch so ein paar Einstellungen machen möchtet. Wie so ein Beispiel Push-to-Talk oder so, könnte man es natürlich auch machen bei OBS. Kennt man vielleicht von Teamspeak. Dann kann man ja die einzelnen Audio-Spuren verstärken, wenn, also Desktop-Verstärkung ist zum Beispiel. Wenn ihr an einem Spiel spielt, dann ist der In-Game-Sound dann lauter. Oder man kann auch das Mikrofon und das Audio allgemein von mir zum Beispiel, hier vom Headset, noch verstärken. Oder, ja, man kann ja auch das Mikrofon theoretisch noch verzögern in Millisekunden, aber das wäre auch die Möglichkeit, wenn zum Beispiel euer Facecam ein bisschen Verzögerung hat, dann kann man auch einfach beim Mikrofon ein bisschen Verzögerung reinmachen, dann sieht das wieder synchron aus. Ist eigentlich eine relativ gute Option, aber diesen Trick benutze ich zum Beispiel, weil mein Mikrofon hat auch ungefähr, oder eben mein Headset, ich habe aber mal ein Mikrofon, hat ungefähr eine halbe Sekunde Verzögerung und meine Facecam auch. Und ja, wenn es das eben nicht der Fall wäre, könnte man das hier halt einstellen. Sieht aber am Ende doch relativ gut aus. Dann gibt es auch sogenannte Hotkeys, ich habe aber keine eingestellt. Das könnt ihr euch ja selbst so auch lesen, was ihr an der Einstellung möchtet. Und der Rest ist eigentlich relativ unspektakulär. Hier ist vielleicht auch wichtig im Bereich Video, die Voreinstellung und einfach wie schnell kodiert wird. Ultra Fast, Super Fast, Frey Fast und so weiter. Je nachdem, ich würde nicht unbedingt empfehlen, Ultra Fast zu nehmen, weil da unterleitet die Streamqualität dann auch, wegen der Kodierung und so weiter. Und das Low-Pro würde ich auch nicht unbedingt nehmen, da wird die Qualität vielleicht ein bisschen besser, aber es könnte auch wieder zu laggen beginnen, demnach. Ja, ein Coding-Profile würde ich einfach Main nehmen. High würde wieder euer System ein wenig belassen. Wenn ihr einen guten Prozessor habt, könnt ihr auch High nehmen, das wäre kein Ding. Aber sonst ist hier der Rest nicht unbedingt wichtig. Kann man alles so lassen. Auch hier, der Rest muss jetzt gar nicht mehr durchgehen. Ist nämlich alles so bereits eingestellt, was wir jetzt gemeinsam gemacht haben. So kann man direkt die Streaming. Hier müsst ihr natürlich auf Übernehmen alles speichern und dann OK. Ich muss nicht speichern, weil mir alles OK ist. Und ja, im nächsten Part werden wir uns angucken, wie man denn hier OBS einsteht, wie man hier zum Beispiel sowas macht. Oder wie man zum Beispiel sowas macht. Jetzt muss das Ganze schnell laden, die Szene. So, OBS schützt euch eigentlich gleich ab. So, jetzt sieht man zum Beispiel mich hier, hallo. Minecraft habe ich jetzt gar nicht offen, sonst würde Minecraft angezeigt werden. Oder wie man dann sowas macht, damit das alles angezeigt wird, mit den einzelnen Szenen hier. Ich kann zum Beispiel auch das hier deaktivieren, oder das hier deaktivieren, blablabla. Wird im nächsten Tutorial kommen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Wenn es euch gefallen hat, wenn es mit mir weitergekommen seid, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und lasst doch ein Like oder ein Lauf-O da, wenn ihr es nicht schon getan habt. Ja, dann hab ich rein, Leute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.